Und das war RTL direkt an diesem Donnerstag. Danke fürs Zuschauen. Und ich gebe gleich weiter an Stern TV und Steffen Halaschka. Steffen, ihr habt heute auch eine... Ja, vielen Dank. Danke, Jan Hofer. In der Tat ein herzliches Willkommen zu einem Stern TV-Spezial. 9-11, der Tag, der die Welt veränderte.